Leipziger Lehrjahre Kennst du das Land Leipziger Lehrjahre? Unionsverlag. Gelernt habe ich dieses Land aus der Ferne als German. Aber die Menschen, die es bewohnen, nennen es Deutschland. Auch unser Name für die Stadt stimmt wohl nicht ganz. Hatte ich eine kleine Ewigkeit auf bratternden, qualmenden und schaukelnden Eisenbahnschienen lang gedacht, ich sei unterwegs nach Leipzig. Angekommen bin ich nun nach einer Woche in Leipzig. Ansonsten scheint alles zu stimmen. Es ist ein gewaltiges Land, das mehr aus Beton, Eisen, Glas und Dampf zusammengesetzt ist als aus Gestein, Holz, Wasser und Luft. So auch die Stadt. Sie besteht aus hühnenhaften Häusern, die gleich jenen gruselig geheimnisvollen Felsen in unseren Helden heben. Wand an Wand neben und gegen einander stehen und verwegen empor klettern und mit den Spitzen und Kanten ihrer Dächer den Himmel bedenkenlos zerstechen und zerschneiden. Während weit unten im schummrigen Schatten klammschmale, sturztiefe Schluchten sich kreuz und quer auftun und nach Luft und Licht zu keuchen und zu japsen scheinen. Und der Himmel darüber wirkt merkwürdig niedrig und gefleckt und gedämpft. Vielleicht ist er schon so sehr angegriffen, aufgebrochen und ausgeräumt worden, dass ihm jegliche Erhabenheit abgekommen ist. Ja, das geistreiche, machtvolle Volk im Unterschied zu unserem befreit aus jeglichen Fesseln des dummen Aberglaubens und der dumpfen Genügsamkeit hat es vermocht, sogar den Himmel und die Erde in seine Untertanen zu verwandeln. Ja, der Traum des tollkühnen Teils der Menschheit, die Allmacht der Natur zu brechen und darüber zu herrschen, ist in diesem Erdteil wahr geworden. Wohl auch deswegen hört sich die hiesige Sprache schneidend scharf an und wirkt hämmernd bestimmt. Welch ein Unterschied zu der unseren, die selbst unter den Bruder- und Schwestermundaten aus denselben Wurzeln durch ihre Weichheit so auffällt, dass manche aus Ecken gegenüber dran allerlei auszusetzen versuchen, indem sie darin bald Mark ohne Knochen, bald Lippen ohne Zähne zu wittern meinen. Nun muss ich, der ich diese marktweiche, lippenzarte Sippensprache mit der Milch meiner Mutter getrunken, mich in meinem endgültig erwachsenen 19. Lebensherbst mit dieser wildfremden, zur Wachheit rüttelnden und zur Strenge zwingenden Weltsprache herumbalken. Die Menschen kommen mir anfangs wegen ihres merkwürdig Verteilten, über dem Kopf so Schütter und über anderen Körperlandschaften umso üppiger, zieselgelben, mausbraunen, fuchsroten oder anders vielfarbigen Haares, ihrer langen, rabenspitzen Nasen, ihrer zu fülligen oder dann auch zu schlachsigen Gestalt recht unansehnlich vor. Doch sie belasten meine Augen mit jedem Tag weniger. Und mittlerweile glaube ich, so mancher Vorzüge in dieser Menschenrasse zu sehen, freilich noch ohne zu ahnen, dass dies zu einem Teil bei Fremden aufgeschnappte billige Phrasen sind, die ich selbst recht bald durchschauen werde. Die deutsche Pünktlichkeit, Genauigkeit, Sauberkeit. Hinzu kommt etwas, das mir selbst ins Auge springt und im Hirn pocht. Im Unterschied im Körperbau zwischen mir und den Einheimischen. Der Schöpfer muss sie einen nach dem anderen in die Länge gezogen haben, ehe er sie entließ, während er mich aus seiner hohlen Hand nicht herausgelassen und immer wieder drauf geklopft hat, wohl einen Tatenknollen gleich im Sinne. Und das Ergebnis, sie sind lang und schmal und ich bin kurz und knubbelig geraten. Ich bin noch mehr weit entfernt von der Bibel, dem Garten Eden und dem gifthaltigen Phänomen Erkenntnis, das schon damals Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben konnte. Doch diese kleine Erkenntnis wirkt auf mich. Ich beginne, mich mit den anderen zu vergleichen und finde jene im Vorteil und mich im Nachteil. Denn an mir entdecke ich so vieles auszusetzen. Und das macht mich unglücklich. Ja, am liebsten würde ich sofort in eine solche rötlich-helle Haut schlüpfen. Nun ereilen mich weitere Auskünfte, die ich natürlich für Wissen halte und daher stolz bin, dass auch ich sie weiß, wer Sachse ist und wer Preuse. Und wie und was sie alle seien. Auch dieses Klischee nimmt mein Herrn auf. Wäre nicht gerade Mutter Leipzig es gewesen, die sich meiner angenommen und mich mit Nahrung und Wissen säugt, und wäre der Nummer-eins-Mensch des Staates, zu dem nun auch ich gehöre, der Genosse Walter Ulbricht, nicht hier geboren worden, dann wäre ich liebend gern als Preuser wiedergeboren worden. Denn die meisten Tugenden, die man den Preusen zuspricht, gelten auch bei uns Siebten-Nomaden als erstrebenswert. Nun aber gebe ich mich damit zufrieden, Sachse zu werden, ohne aber Sächsisch zu reden. Denn die Lehrer, die auf Hochdeutsch pochen, gestatten uns so etwas nicht. Ich, der Klein- und Rundwüchsige, Möchtegern-Sachse, werde viele Jahre später einen Begriff erfinden, der meinem Wunschbild genau entspräche. Verpreuster Sachse. Doch vorerst bin ich noch der Welpe, der zwar nicht mehr blind wie ganz am Anfang, aber doch eemsig vor sich hin schnüffelnd. Um mich in meiner neuen Welt zurechtzufinden. Und dabei getrieben von dem flammenden Wunsch, lernen, lernen und nochmals lernen, wie der große Lehrer Lenin es Abermillionen von Schülern ans Herz gelegt hat. Den ersten Leipziger Monat meines Lebens verbringe ich in der Lumumba-Straße 3, Zimmer 103. Da widerfährt mir das erst erschütternde Erlebnis, das ich meinem Tagebuch anvertraue. Ja, vielen Dank, Galsan. Es geht ja dann weiter in Leipzig. Möchte das jetzt aber nicht vertiefen. Vielleicht doch nur mal eine Frage. Du bist nach Leipzig gekommen, wenn ich das jetzt als autobiografisches Erinnerungsbuch nehme. Das war ein Jahr nach dem Bau der Mauer. Ja. Wie sehr war diese Spannung zwischen Ost und West präsent in Leipzig? Gab es für dich ein... Also ich habe ja die ersten Monate so gutgläubig fest auf der Seite der DDR-Politiker verbracht, wie ich später schaute. Ich habe an diese inneren Spannungen in deutschen Landen nicht dachten können. Jeder Deutsche war für mich ein edler Mensch, ein edles Wesen, wie dieser wollte ich werden eines Tages. Das war mein Traummensch. Später, freilich, kamen all diese Komplizierungen des Lebens. Aber du hast ja, zumindest beschreibst du das in Leipzig, auch viele, zunächst mal negative Erfahrungen auch von deinen Landsmännern erdulden müssen und gleichzeitig auch die Solidarität des Iraners oder des Persers, wie es dann weiter heißt, und verschiedener anderer. Das war schon eine sehr bunte Studierendenschaft in Leipzig. Und da die negativen Gefühle der eigenen Landsleute, wie sehr musste das schmerzen? Ja, man muss ja irgendwann mit allem fertig werden, sagen wir kurzerhalb so. Ich habe sehr viel erleben müssen, aus dem heutigen Standpunkt würde ich sagen, erleben dürfen. Ich bin am Ende, in dieser heutigen Phase, sehr dankbar, dass ich den Sozialismus, den Feudalismus und diese Steinzeit der Menschheit genau erlebt zu haben und all die Schwierigkeiten durch mich gehen zu lassen. Ich bin stolz, dass ich hungern kann, dass ich dursten kann, ohne etwas, ein Mucks merken zu lassen von anderen. Ich kann alles. Ich bin für die Erniedrigungen meiner Machthaber heute dankbar. Ich schimpfe auf den Toten Sozialismus, Kommunismus in meinem Lande nicht. Ich sage, das ist eine gute Schule gewesen. Ich danke. Also dankbar verabschiede ich mich von der Zukunft. Ohne diese Diktatur wäre ich wahrscheinlich das geworden, was die Ministersohnchen und Töchterchen geworden sind. Wir fangen zu Zehnt in die DDR, damals im Jahre 1962. Und die anderen Kinder waren alle von Behörden und Behuften Stichprösslinge. Also von der Sonderklasse, die über uns hinausraten. Da waren vier Politbüro-Mitgliedskinder. Und das ist ja die Spitze. Und die haben sich natürlich, ich kann sie verstehen, deren Muttersprache war nicht mongolisch. Die haben in Kindergarten, zur sowjetischen Kindergarten gegangen und dann die zehn Jahre lang durch die sowjetische Schule verlaufen. Und die unterheckten sich untereinander auf Russisch. Und ich war allein ein Wesen aus dem Westen der Mongolei. Der Westen wird sowieso ein bisschen belächelt von den reinblütigen Mongolen. Reinblütig oder nicht reinblütig, das ist in der Mongolei ein zugelassener Begriff, das jeden Tag benutzt wird. Und das war so etwa, wie manche Leute sich ja zu den Sachsen verhalten. Wenn ich den Mund aufmachte, dann sprach ich Westmongolisch mit Westmongolischem Akzent aus Sprache. Und dann war ich ein Nomadenkind. Und wie es hieß, ich konnte nicht mal richtig mein Gesicht waschen. Alles war für mich sauber genug und so war ich zufrieden, dankbar und ich wollte alles übernehmen. Ich war ein dankbares Wesen. Ich schaute ja nicht auf die Schattenseiten der anderen, aber ich schaute nur auf die lichten Seiten der Menschen und der Stadt des Lebens in der DDR. Gut, ich glaube bis hierher gibt es Fragen hier im Publikum, beziehungsweise dann auch im Chat, das Publikum hier im Saal. Ja, Petra. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich interessiere mich sehr dafür, wie Sie Deutsch gelernt haben. Also Sie konnten ja Ihre Muttersprache, ja, den Türkisch-Dialekt, mit Morolisch und Russisch. Stimmt das? Und haben dann Deutsch gelernt. Und Ihr Deutsch war ja so fantastisch. Also wenn Sie das vortragen, ich weiß nicht genau, was Sie das geschrieben haben, aber Sie müssen ja ununterbrochen Deutsch gelernt haben, dass Sie so einen Wortschatz bekommen haben. Deutsch war meine fünfte Sprache. Als Tobermensch spricht man gleichzeitig drei Sprachen. Wir leben mit den Kasachen Wand an Wand zusammen. Und meine zweite Sprache war Kasachisch. Und meine dritte Sprache war Mongodisch, weil ich in eine mongodische Schule gehen müsste. Und dann kam das Russisch hinzu, als vierte Sprache. Und Deutsch war meine fünfte Sprache, wie gesagt. Und dass ich so einen Studienplatz bekommen habe, das hat mit meinem Kampfgeist zu tun. Schon damals muss ich ein sehr zäher Kämpfer gewesen sein. Es hieß an der mongodischen Universität, ein junger Mensch wird nach Deutschland geschickt, als künftiger Deutschlehrer. Und dann habe ich zu kämpfen gegen einen Generalssohn. Dieser Generalssohn war ein ausgewachsener, hochgewachsener, blonder Bursche. Sohn eines, einer russischen Mutter. Also der General hatte eine russische Frau. Und die hat natürlich zu Hause russisch gesprochen. Und dann fünf Jahre lang haben die russischen Klassen entweder Deutsch oder Englisch oder Französisch lernen dürfen. Er hatte fünf Jahre Deutsch gemacht. Und dann sollten wir einen Aufsatz schreiben. Wie sehe ich meine Zukunft? Und für den Generalssohn war alles kristallklar. Er würde bald in die Partei eintreten und sein Studium beenden und glücklich für die Sache des Kommunismus kämpfend leben. Das Leben war lichtleuchtend für ihn. Ich wusste nicht, wie mein Leben sein wird. Und der Dichter erwachte in mir wohl. Ich habe angefangen zu träumen. Ich will aus mir etwas Neues machen. Und ich muss werden. Ich bin heute roh und weiß nichts. Ich möchte alles lernen, so etwa. Und wir hatten drei Stunden Zeit. Eine Kommission, gab es fünfköpfige Kommission. Und der junge Russe oder Mongole, Generalsohn, hat nach einer Viertelstunde abgegeben und rausgeschritten. Mit Schlips und dem sozialistisch grauen Anzug und mit seinen schönen, blonden Haaren ging ich. Ich habe klebte am Tisch, schrieb, schrieb, schrieb. Und wir hatten vier, fünf Papiere bekommen. Seitenpapiere, weiße Papiere. Und ich schrieb. Und die Kommissionsmitglieder haben angefangen, mich zur Eile zu bringen. Nach einer Stunde. Du hast viel genug geschrieben. Gut, das geht. Aber ich habe so die Hand, die von mir haben wollte, weggeschoben und einhändig. Und da habe ich mich drüber gelegt und weitergeklebt. Und so. Und bis zum Schluss der drei Stunden gekämpft, hatte ich ganze vier Seiten vorne und hinten vollbeschrieben. Und dann haben die Mitglieder der Prüfungskommission wohl gelesen, bei dem Russen null Fehler. klarer Inhalt, er wird ein junger Kommunist im Kommunismus glücklich leben. Aber bei mir, ich dachte, das Leben wird kompliziert sein. Nichts bleibt so, wie es ist, so nach der schamanischen Philosophie. Und ich muss selber werden. Dann kann ich mitreden. So, bei mir waren hunderte Fehler. Grammatische Fehler, Schreibfehler. Aber eben sehr viel geschrieben. Und drei von den fünf haben gleich dem, also den Sieg gegeben. Unter der Prüfungskommissionschef und ein anderer haben gezweifelt. Und der Kommissionschef sagte, nein, dem Jungen fehlt die Sprache einzig. Aber wir sehen ja, er hat dann angefangen, die Sprache bereits zu lernen. Und er ist ein Kämpfer. Er wird gut lernen. Und ich würde ihm den Sieg geben. Und dann ging das nicht. Und dann hat er eine schlaue Idee. Wir zählen, wie viele Vokabeln da vorkommen, russische. Der Russe hatte so 20, 30 oder 40, 50 Vokabeln. Und ich hatte etliche Wunderte benutzt. Und dann hat er mir den Sieg gegeben. Als ich am nächsten Tag zurückkam, um meine Noten zu hören, hat die Sachbearbeiterin der Kaderabteilung mich umarmt und hat geheult. Sie war selber aus dem Land und hatte mit diesem Jungen sympathisiert, der ich war. Und so hatte ich das Glück, nach Leipzig zu kommen. Eine Frage im Chat, ja. Frau Schadep fragt, wie geht es mit dem Bauprojekt weiter, nachdem jetzt der ein-Millionste Baum gepflanzt ist? Wir arbeiten längst an der zweiten Million. Die zweite Million soll bestehen aus Nutzbäumen, Apfelbäumen und Sträucher, viele Beeren. In den mongolischen Wäldern gibt es ja so viele Beeren. Und in der Wüste Sanddornsträucher und wir werden viele Beerensträucher und Nutzbäume pflanzen. Wir haben den Ehrgeiz, aus anderen europäischen Teilen, aus dem sibirischen Russland, zu uns so Nutzbäume hereinzubringen. Und wir haben damit bereits unsere gute Erfahrung. Wir haben nicht nur einheimische Bäume gepflanzt, die erste Million besteht, auch mit zwei fremdländischen Bäumen. Das ist der Ahorn und der Flieder. Und ich hätte gern gesehen, dass auch Trauerweiden in die Mangalei kämen und Eichen. Ich habe im ersten Sommer 55 Junge eichen und 44 Trauerweiden aufgezogen. Aber im nächsten Frühjahr habe ich gesehen, alle waren tot, haben den mongolischen Winter nicht überstanden. Bis jetzt stehen vor meinem Haus so Spitzpappeln, fünf Stück. Die sterben jeden Winter ab, oben, das wächst nicht nach und dann kommt es immer wieder von unten. Und ich schneide diesen trockenen Teil ab und lasse sie weiter wachsen. In der Hoffnung, vielleicht gewöhnen Sie sich an die Kälte langsam. Und eines Tages stehen Sie, gehen Sie vielleicht auf. Gibt es weitere Fragen im Chat nicht? Ja, hier ist noch eine Frage, ja. Ich wollte nur zu Ihrem Buch noch etwas sagen. Ich habe es gelesen, noch nicht so lange. Und Herr Tienack, ich war so stolz auf Sie. Sie glauben gar nicht, welches Stolz mich erfasst hat, dass Sie als Schüler da in diesem Deutschen, bei diesem Deutschland so einen Erfolg hatten. Das wollte ich nur sagen. Dankeschön. Also ich durfte ja, ich wurde ja nach den ersten drei Monaten, habe ich meine erste Auszeichnung bekommen in Leipzig. Der Dummkopf, der nicht mal F aussprechen konnte, er wiss sich nach drei Monaten als der allerbeste Student des ganzen Sprachinstituts. So wurde ich ausgezeichnet mit zwei Wochen Winterferien in Erzgebirge, in der alten, schönen, deutschen Stadt Annenberg. Da durfte ich zwei Wochen mich erholen. Und dann wurde ich immer berühmter, immer berühmter. Und an der Universität war ich ein Musterstudent. Wie Studenten in alten Zeiten gewesen sind. Und das endete damit, dass ich eine Aussprache halten sollte, allein im Namen aller Abgänger der Universität im Jahre 1968. Und ich habe eine Viertelstunde lang geredet. Das war ein Auftrag vom Rebter der Universität. Und ich habe die ganze Nacht an meiner Rede gedichtet. Und habe ich den deutschen Geistern das ganze Blau vom Himmel herunter versprochen. Also Goethe's Faust würde sofort ins mongolische übersetzen. Beethoven's Neunte würde aus jeder mongolischen Gürtel klingen. Und Dürer's Ostdorhäschen würde den mongolischen Kindern als Gespiegel dienen. So sehr begeistert war ich. Und am Ende habe ich dann einen merkwürdigen Satz gesprochen. Wenn ich die deutsche Sprache um drei Ausdrücke reicher gemacht habe, dann dürft ihr wissen, dann darf ich selber mich für glücklich halten. Und ich habe die Wohltat, die ich genossen habe, mit guter Tat zurück zu zahlen vermögen. Vermögen. Vermögt. Und da gab es großen Applaus. Ach, die Leute haben gedacht und applaudiert. Und später, wenn ich daran dachte, wurde ich vor Scham, wurde es mir heiß überlieblich. Denn die Leute werden gedacht haben, die Professoren, Doktoren, all diese deutschen Studenten. Naja, der Kleine, der hat sich eben, der fühlt sich sehr geehrt und der hat sich gefreut. Und dann kann man ja seinem Doofen alles abnehmen. Zunächst kostet ja nichts. Aber 33 Jahre später, ach, das muss ich hinzufügen, das war im Festsaal des alten Rathauses am Markt in Leipzig. Und 33 Jahre später saß ich im Festsaal eines anderen, des Rathauses einer anderen Großstadt Deutschlands. Ich saß in Köln. Die Kulturbürgermeisterin saß neben mir. Und ich wurde ausgezeichnet mit dem Heimiter von Dodera-Preis. Und früher bei anderen Preisen hat es geheißen, für die Weiterentwicklung der deutschen Literatur, der Weltliteratur und so. Aber jetzt hieß es, wie ich genau hinhörte, für die Weiterentwicklung der deutschen Sprache habe ich einen Schreck bekommen. Und als ich dann genau hinhörte, der Laudata, der Lober, hat 20 Minuten lang begründet, weshalb ich zu diesem Preis habe kommen dürfen. Und er hatte meine Texte aus verschiedenen Büchern zitiert und da war ich am Ende beruhigt. Unter das Wunderbare ist, an diesem Preis hingen 30.000 Deutsche Mark. Das war 2001, kurz vor der Wende zum Euro. Ein schönes Schlusswort, lieber Galsan. Du hast die deutsche Sprache nicht nur bereichert, sondern auch bei uns heute Nachmittag. Ich denke auch Sie alle, die uns zugeschaltet waren. Wir hingen an deinen Lippen. Vielen Dank dafür, dass du die Reise auf dich genommen hast, zu uns gekommen bist. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, aber du sollst nicht ganz leer gehen. In Halbronn, du bist ja in einer Weingegend. Und wie ich dich kenne, bist du auch einem guten Tropfen nicht abgeneigt. Genieße ihn. Es ist ein Ludwig Pfauwein von der Halbronner Verwaltung gelesen. Ludwig Pfau war Ehrenbürger in Halbronn, vor 200 Jahren geboren. Wir haben das Jahr gefeiert. Ganz herzlichen Dank. Und es ist ein besonderes Etikett drauf. Stolz gegen die Großen, Bescheiden gegen die Kleinen. Und ich denke, das passt auch zu dir. Ganz herzlichen Dank. Danke schön. Applaus Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020